Möbe Freunde und herzlich willkommen aus Krefeld zum zweiten Spieltag der Deutschen All-Hockey-Liga. Und ja, beide Teams mit einer Niederlage zum Auftakt dieser Saison. Die Augsburger gegen München mit 1 zu 3 unterlegen und die Krefeld-Piruine unterliegen im Shootout mit 2 zu 3 den Straubing Tigers. Heute also die 102. Partie zwischen den beiden Mannschaften. Krefeld davon 59 Mal als Sieger vom Eis gegangen. Augsburg 41 Mal. Ein Unentschieden gab es tatsächlich noch damals, als es noch unentschieden möglich war. Augsburg mit 370 Toren, Krefeld mit 298. So, Krefeld in schwarz-gelb. Und Augsburg heute in den weißen-grünen Jerseys. Letzte Partie, die man gegeneinander gespielt hat am 3. März. 2019 zu Hause wieder in Krefeld. Damals gewannen die Pinguine mit 5 zu 4 nach Verlängerung. Augsburg ohnehin sehr angenehmer Gegner der Krefeld-Pinguine. In der letzten Saison gewann Krefeld zweimal. Und zweimal gewannen die Augsburger Panther. So, heute soll es aber ein Sieg werden. Egal, ob das mein Lieblingsverein ist in der deutschen Eishockey-Liga oder nicht. Heute soll es der Sieg werden für die Augsburger, damit wir endlich zu den ersten Punkten kommen. Und die Richtung stimmt schon mal. Bruggi ist auf Pieta. Sehr schön aus der Offensive da ferngehalten. Sahir Gill. Trevelyan. Schöne Tor! Nicht! Boah, Ullmann! Das sind die Momente. Das sind diese Möglichkeiten, die man am Ende wirklich ausnutzen muss. Solche Chancen. Wie oft bekommt man die in so einer Partie? Das kann man sich möglicherweise an einer Hand abzielen. Und Rünes mit dem Safe. Und Wahnsinn. Also, die Chancen sind definitiv da. Jussi Rines. Bei den Krefeld-Pinguinen. Neun Zugang. Kampf von Kerpedulu. Aus Finnland. Aus der finnischen Liga. Und soll hier Krefeld nach Kräften und Taten unterstützen. Und zumindest hier zeigt er das. Bislang sehr eindrucksvoll. Jetzt aber Augsburg mit einem kleinen Schussglück oder Schusspech, wie man es nennen will. Krefeld kommt da erst mal nicht mehr aus der eigenen Zone raus. Kellehen! Aber wie der Rünes hat zwei Spiele für die Dallas Stars in der National Hockey League gespielt. Dann auch bei den Toronto Maple Leafs. Also er ist absolut kein Unerfahrener hier, der Torhüter, der Krefelder. Dieser Position hat man gut nachgelegt. Ich bin sehr gespannt als Krefeld-Fan natürlich, was die Pinguine in dieser Saison am Ende hier aufs Eis bekommen. Playoffs, das wäre schon schön. Also Pre-Playoffs ist eigentlich ein Muss. Will man die Fans nicht dieses Jahr ebenfalls erneut. Ja, man muss es schon fast sagen enttäuschen. Krefeld, Riefers! Und er hat nicht viel gefehlt hier für den KFV. Mülz. Sehr schön auf Steeler. Der hat da ein bisschen Platz. Kann die Krefelder erst mal hinter sich lassen? Hase! Aber dann doch etwas zu weit am Tor vorbei. Sehr schön. Von der Mitte ferngehalten, Trivelator dann mit dem Versuch. Aber den kann die Augsburger Verteidigung im Keim ersticken. Hafenrichter! Setzt sich trotzdem durch. Wird dann festgesetzt. Aber die Scheibe kommt auf Holzmann. Hase. Rogo. Lambacher probiert es da. Kam von den Adler Mannheim. Sehr italienisch-deutsche Staatsangehöriger Alex Lambacher. Letzte Saison nach Kassel und Heilbrunn ausgeliehen. So, 0 zu 0 hier gegen die Pinguine. Eine Minute noch in Durchgang 1. Also hier wesentlich ein besserer Beginn als gegen die Münchner. Aber Bulli. Oh, das wird eine Strafe. Nein. Aber Bulli haben wir bislang noch keins gewonnen. Und das ist dieses Jahr meiner Meinung nach richtig schwer geworden. Oh, da ist keiner. Schade. Schade, wenn da jetzt wohl links jemand rangekommen wäre. Das wäre nochmal die Möglichkeit gewesen. Den 1 zu 0 Treffer zu erzielen. Aber 0 zu 0 nach 20 Minuten. Pieter, Welch und Costello im Sturm für die Krefelder. Gil, Leblanc und Trevelyen für Augsburg. Ja, Krifeld da mit einer großen Lücke in der Mitte. Sahir Gil hat die gesehen. Kann zumindest reinziehen und wieder Rünes. Und es bleibt beim 0 zu 0 der beiden Mannschaften. Costello kommt nicht raus. Aber nun und dann auf Pieter und die Befreiung über Welch. Offenes Visier bei beiden Teams. Spielen hier offensives Eishockey. Wollen von Beginn an. Auch in diesem Abschnitt. Gleich wieder nach vorne. Und Griffelt geliebt es hier wesentlich besser. Und da ist die Führung durch Garrett Newton. 1 zu 0 für die Pinguine. Der Verteidiger aus den USA. Zweite Saison in Griffelt. Und hier macht er seinen Treffer für die Pinguine. Und Ulmer. Jetzt vielleicht die Chance, aber ja, die Verteidiger, die sind da wirklich auf der Hut. Machen es den Augsburgern unheimlich schwer, da vorne das Spiel aufzubauen. Schön nachgesetzt. Und Tölzer, gut gesehen. McFraser, da ist Callahan. Man hätte diesen Treffer im ersten Abschnitt erzielen müssen. Das hängt den Augsburgern hier wieder ein wenig nach. Ullmann da im Zweikampf. Geht auf Valentine, aber Krefeld wieder sehr stark im Zweikampf verhalten da an der Bande. Trotzdem Augsburg. Ich habe gespielt. Kann sich lösen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, was mit den Adler Mannheim in der Champions-Hockey-League so spielerisch aussieht, das ist hier mit den Augsburgern eine richtig anders zu spielende Mannschaft. Winnie Saponari mit dem 2-0 für Krefeld. Bittere Pille, gerade über die Fangern von Keller auch. Oliveroar heute nicht im Tor. Da ist Hase. Kann sich durchsetzen. Und Stieler, aber wieder die Chance. Und wieder ist es... Yussi Rines. Lässt die Augsburger Stürmer aktuell ein bisschen verzweifeln. Also Bulli ist dieses Jahr richtig krass, finde ich. Unheimlich schwer. Sehr schön auf Hafenrichter. Sollte eigentlich als Pass rübergehen, nicht als Schuss. Wahnsinn. Und jetzt vielleicht Augsburg über Lambacher. Wenn er die Scheibe verteilen kann. Hafenrichter Nachschuss. Oh, Holzmann mit der Fahrkarte. Und da ist wirklich auch sehr, sehr viel Pech dabei. Da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Pech dabei. Augsburg hätte mindestens ein, zwei Treffer erzielen können bereits. Und Krefeld mit fünf Schüssen zwei Treffer erzielt. Das ist halt immer so auf den schwierigen Schwierigkeitskran. Mit wenig Schüssen viel Effizienz erzielen. Das kann schon manchmal wirklich den letzten Lärf rauben. Hier da, vorsichtig, Welch und Keller. Bisschen zu weit für Gil. Vorsichtig, Welch und wieder Keller. Schön gesaved. So, hier Gil. Kommt aber keiner mit. Das ist das Problem. Wohin die Scheibe bringen dann im Zweifel. Wichtiger Zweikampf. Also, schweres Wochenende hier für die Augsburger. Bis dato. Und Fraser. Oh, schön gemacht. Wieder ist es der finnische Keeper, der uns da die Chance zunichte macht. Elfenhalb Minuten noch. Boah, Leck. Also, man hat schon wirklich sehr gut geschraubt hier an der CPU. Das ist die Strafzeit gegen Krefeld. 9,15. Vor Ende jetzt vielleicht die Chance für Augsburg. Powerplay für die Gäste. Kai Hospelt erst mal zwei Minuten vom Eis. Und das bedeutet Augsburg jetzt mit der Möglichkeit, hier den Anschluss zu erzielen. Dann ist es wieder ein Missverständnis. so, hier, Gil. Oh, Trevelyan wieder im letzten Augenblick. Can't believe it. So, und jetzt schnell nach vorne, Compile. Jetzt haben wir den Blut, das ist nicht dein Ernst. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Und sowas ist halt auch... Ei, 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 ei. Also, das wird eine krasse Saison. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ho, 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 ho. Krasse Herausforderung. Augsburg in Überzahl wohlgemerkt. Und Ullmann. Jetzt die Pinguine wieder komplett. Und wieder Rünes. Ui, 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 ui. Das wird interessant werden, liebe Leute. Auch Bulli. No way. Und Strafzeit Augsburg. Bittere Pille jetzt. Ganz, ganz bittere Pille. 12 zu 8 Schüsse wohlgemerkt für Augsburg. Ich habe sofort gespielt. 13 Minuten, 45 Sekunden. Saponari. Krefeld kann den Sack zumachen, indem man hier das 3 zu 0 erzielt in Überzahl. 45 vor Ende des Spiels. Strafzeit gegen Krefeld wird es geben. Und das war ein Beinstellen auf Krefelder Seite. Und deshalb geht es weiter mit 4. Gegen 4. Och, Leute. Und Ankert, der macht das mit einer Leichtigkeit. 9 Schüsse, 3 Tore. Das ist wieder die Dreierregel, die man auch hier verfolgen kann. Aber wir sind hier gerade absolut machtlos. Das ist wieder die Dreierregel. 5 Minuten, 15 Sekunden. Sehr schön geblockt. Scheibe raus! Überholzmann! die Scheibe bleibt drin, gut nachgesetzt Augsburger Seite aber das ist Wahnsinn also der Start für Augsburg sieht nicht so 100% rosig aus da müssen sie sich in den kommenden Spielen auf jeden Fall steigern und jetzt vielleicht Hafenrichter, komm jetzt aber Kerlehand das gibt's doch nicht das ist de facto nicht möglich da will doch einfach keine Scheibe rein das ist doch nicht wahr unglaublich unglaublich Grefeld wieder komplett und dann der Reinwechsel in der Defensive und da wieder der Wechsel Missverständnis schwerer, schwerer, schwerer Start Treveldian, aber wieder keiner da der den Rebound nimmt gibt ihn versucht, gar nicht schlecht gemacht die fällt also nach dem Auftakt gegen Straubing mit den ersten drei Punkten zu Hause fuck also das ist ne gute Umstellung hier, Leute das wird interessant in dieser Saison keine Chance gegen die Pinguine 3 zu 0 gewinnt Grefeld in Spiel Nummer 2 und das war schon eine Partie, die wehgetan hat und wir gucken natürlich nach vorne in dieser Saison 11 zu 16 Schüsse wahnsinnig der Torhüter sackstark das ist wirklich also bei der Torhüter CPU da hat man wirklich was gemacht und die nächste Partie am Freitag dann zu Hause gegen die Düsseldorfer IG und wir gucken mal auf die aktuelle Tabelle die da aussieht wie folgt Nürnberg auf der 1 vor München dann Köln Berlin Straubing Grefeld auf der 6 vor der DEG dahinter Schwenning in Wolfsburg Bremerhaven auf der 11 Iserlohn dann die Mannheimer Adler Ingolstadt auf der 13 und Augsburg aktuell mit 1 zu 6 Toren Liga Schlusslicht das soll sich ändern das wird sich hoffentlich ändern und wenn es euch trotzdem gefallen hat lasst mir Like da ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer bloody LP das soll sich ändern Vielen Dank.